Sagen Sie Schollern, in welche würden Sie noch gerne gehen? Ich war schon in sehr vielen Ländern. Ich glaube mit der Nationalmannschaft. Ich habe ja früher auch für die Schweiz gespielt. In den Juniorenzeiten mit U18 bis U21. Für die Schweiz-Auswahl. Und dann habe ich erst zu Albany gewachsen. Und da bin ich schon in vielen Ländern gewesen. Also wie viele es sind, weiss ich nicht genau. Aber es gibt sicher noch Länder, wo ich gehen will. Zum Beispiel Australien. Oder China. Da war ich noch nicht. Kommst du auch aus der Schweiz? Ja, ich bin da geboren. Und aufgewachsen. Willst du mal Trainer werden? Ich könnte es mir gut vorstellen. Vor allem zuerst für kleine Jungs. Also kleine Junioren. Jüngeren. So 12 oder 13 sich mal zum Anfang. Dann mal schauen. Aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen. Das wäre eure Altersklasse, oder? Wie alt seid ihr? Nein. 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 So, das ist gut. So, wollen die...